Herr Haras, Sebastian Soare, das hat jetzt nicht so wirklich funktioniert wie von Ihnen geplant, gehe ich mal davon aus. Es ist schon eine ganze Weile her, dass Ihr Arm nach oben ging nach einem Match. Können Sie mir was zu diesem Match sagen, bitte? Ich muss mich entschuldigen, ich habe Dir gerade leider nicht zugehört. Kannst Du das nochmal kurz zusammenfassen? Es ist anscheinend nicht so gut gelaufen, wie Sie es geplant haben, Herr Haras. Und es ist schon eine ganze Weile her, dass ich Ihren Arm oben gesehen habe nach so einem Match. Weißt Du, ich finde deine journalistische Finesse immer wieder beeindruckend. Natürlich ist das nicht so gelaufen, wie es laufen sollte. Aber so ist das nochmal. Wir haben gegen ein eingespieltes Team gekämpft. Wir haben einen soliden Auftritt, größtenteils. Größtenteils Du machst Dich hingelegt. Und es hätte genauso gut andersrum ausgehen können. Also bitte. Herr Haras, mir ist auch aufgefallen, Ihr Look ist komplett anders. Ich will jetzt nichts sagen, aber ist es nicht ein bisschen unprofessionell, ohne seine Gier hier aufzutauchen? Jetzt pass mal auf, mein Lieber. Du sagst mir nicht, was unprofessionell ist. Das hier ist Business Casual. Das hast Du in Deinem Leben noch nie gehört. Aber sie lasse mich nicht von einem niederen Angestellten als unprofessionell betiteln. Aus diesem Grund, Daniel. Du, mein Lieber, machst den heutigen Abend hier noch zu Ende. Und dann hast Du erstmal Pause, bis wir uns wieder melden. Bitte, warum das denn? Ohne Bezahlung freigestellt. Ab Moderation. Jetzt!